In der heutigen Episode vor dem Mittelstand hautnah sprechen wir über betriebliches Gesundheitsmanagement und seine Bedeutung für mittelständische Unternehmen. Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis, mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Ja, und natürlich habe ich mir zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement entsprechend ja die Experten eingeladen und ich darf jetzt begrüßen Markus und Maja, M&M sozusagen. Und die beiden stellen sich auch gleich mal vor. Hallo Maja. Hi Christian, ich freue mich da zu sein. Schön. Ja, von meiner Seite aus, wie du schon sagtest, bin ich Maja, schon der Barmer, bin ja schon eine ganze Weile bei der Marmer tätig seit 2008 und wie bin ich dazu gekommen? Tja, also meine Eltern familiär gesehen, Thema Gesundheit war immer schon irgendwie ein Punkt, was mich gereizt hat. Und das Thema Krankenkasse klang erst mal sehr trocken, ist es aber gar nicht. Und über die Jahre hinweg im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, da bin ich jetzt schon einige Zeit gut unterwegs, muss ich sagen, habe ich meinen Bereich gefunden, der mir unheimlich viel Spaß macht. Ja, dass man einfach auch für sich auf seine Gesundheit achtet und das Ganze so transportiert, dass andere das auch für sich tun und das einfach nicht in Vergessenheit gerät. Denn das ist so das, wo ich sage, da bin ich bei der Barmer auf jeden Fall gut angekommen und unterstütze unsere Firmenkunden dabei, zusammen mit dem Markus. Ja, schönes Stichwort, zusammen mit dem Markus. Markus, auch dir natürlich herzlich willkommen bei Mittelstand hautnah. Vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze zu deiner Person. Sehr gerne, ja. Christian, ich freue mich, dass wir hier sind. Markus ist mein Name, auch von der Barmer. Und ja, Maja, gerade schon gesagt, seit 2008 dabei. Ich bin schon seit 1997 dabei, also noch ein paar Tage länger. Und auch tatsächlich durch eine familiäre Prägung, weil meine Mutter auch bei einer Krankenversicherung gearbeitet hat. Und so bin ich irgendwie auch dazu gekommen und habe mich seinerzeit ganz klassisch beworben. Und über mehrere Stationen bin ich jetzt seit 2016 als Geschäftsführer für die Barmer in Essen tätig. Und mit der Maja zusammen betreuen wir eben neben unseren Privatkunden, die wir haben, natürlich auch Firmenkundinnen und Firmenkunden, insbesondere auch zu unserem heutigen Thema. Deswegen freuen wir uns, dass wir hier bei dir auch zu Gast sein dürfen, um das Thema einfach nochmal so ein bisschen vorzustellen. Denn für den Mittelstand sicherlich ganz spannend einfach das Thema auch betriebliches Gesundheitsmanagement. Welche Möglichkeiten und Optionen gibt es da? Und da setzen wir zusammen, die Maja und ich, eben halt an, um so ein bisschen dieses Expertenwissen dann auch in die Betriebe zu tragen. Ja, wunderbar. Da hast du ja eigentlich das Stichwort schon gegeben. Ich erinnere mich noch aus meiner Zeit, als ich in großem Unternehmen tätig war, das Geist hätte das Wort betriebliches Gesundheitsmanagement so immer durch die Gänge. Und keiner wusste wirklich, was heißt das, was bedeutet das, was muss ich damit machen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich heute unterwegs bin in verschiedenen Unternehmen, dass immer vielleicht noch nicht so die absolute Klarheit besteht, was für ein Hebel auch betriebliches Gesundheitsmanagement sein kann. Deswegen direkt mal die erste Frage. Erklär doch mal ganz kurz, was versteht man unter betrieblichem Gesundheitsmanagement tatsächlich? Ich weiß nicht, Markus, wenn ich einfach da einsteigen darf, mache ich das sehr gerne. Ja, also die Mitarbeitergesundheit unserer Firmenkunden grundsätzlich zu fördern, in den verschiedensten Bereichen Bewegung, Ernährung, Entspannung, aber auch Thema Sucht, um das Ganze nachhaltig zu gestalten, also entsprechend eventiv Vorsorge für sich zu treffen und ganz einheitlich, nachhaltig entsprechend auch umzusetzen. Die Firma also nicht nur in einem Punkt zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement zu briefen, sondern miteinander gemeinsam Hand in Hand das Ganze zu begleiten und bestmögliche Gesundheit eben zu erhalten. Und das ist ja das, was natürlich auch nicht nur im Sinne des Unternehmens ist, sondern auch eben im eigenen Interesse, ne? Ja, danke, Maja. Das war ja schon mal ein guter Überblick. Stichwort, habe ich bei euch in den Unterlagen gelesen, gesundes Team, gesundes Unternehmen. Ich glaube, das bedarf eigentlich auch gar keiner so wirklich detaillierten Erklärung. Da kann sich jeder drunter vorstellen, was damit gemeint ist. Was mich wirklich jetzt interessiert, ich würde ganz gerne ein bisschen ins Detail gehen. Was genau bedeutet das? Welche Angebote habt ihr denn da zum Beispiel für die Unternehmen, die sie in Anspruch nehmen können? Also, da gibt es eine ganze Menge. Wir haben ein Riesenportfolio. Generell als Krankenkasse sind wir da sehr breit gefächert aufgestellt. Es gibt eins zu eins Screening-Maßnahmen, wo man individuelle Möglichkeit hat, für sich zu schauen, wo stehe ich eigentlich überhaupt gerade. Das sind eben Messungen, die wir durchführen, in Kooperation mit Ärzten und anderen Fachkräften, als auch Workshops, wo man gemeinsam im Team, das Team-Building zum Thema, aber auch Gesundheit eben im Fokus hat, richtig über Vorträge und entsprechende Stationen über Gesundheitsaktionen, wo man auch wirklich aktiv dabei ist mit dem Smoothie in der Hand oder sich den Smoothie auch erarbeitet etc. pp über ein Smoothie-Bike. Und das sind so Beispiele und Möglichkeiten, um unterschiedlich in einer verschiedenen Art und Weise eben das Thema Gesundheit jedem näher bringen zu können. Das ist so ein Beispiel eben Richtung Screenings eben oder eben Vorträge, Workshops etc. pp Gesundheitstage. Wie muss ich mir das vorstellen? Geht ihr da wirklich in die Unternehmen rein? Arbeitet da mit den Teams, mit dem Unternehmen? Oder kriegen die eine Broschüre von euch? Macht mal Frühsport? Oder wie läuft das konkret ab? Ja, zu Beginn würde ich sagen, stellt man sich erstmal vor und lernt sich kennen und fragt sich, wer ist denn die Barbar zum Beispiel? Oder wer ist denn unser neuer Firmenkunde, der Interesse hat, das Thema Mitarbeitergesundheit bei sich zu platzieren? Und man macht einfach, man guckt, wie groß ist das Unternehmen? Wie sind die Gegebenheiten? Und dann fragt man auch, was wollen die Mitarbeiter? Und wenn wir das erfahren haben und analysiert haben, dann geht es tatsächlich in die Planung. Und dann schauen wir, okay, was für Wünsche haben die Mitarbeiter? Welche Dringlichkeit ist vorhanden? Welche Ressourcen sind vorhanden? Und dann geht es in die Umsetzung. Das dauert ein bisschen von der Planungszeit her, aber in aller Regel, ich sage mal, ein paar Wochen Vorlaufzeit genügen und dann kann man tatsächlich schon in die erste Umsetzung gehen. Aber wenn ich es an der Stelle vielleicht auch direkt ergänzen darf, weil das ist genau das Themenfeld, wo wir eben halt sagen, da haben wir uns auch drauf spezialisiert, weil wir eben halt kein Standardmodul anbieten, was wir für eine Firma da bereitstellen, sondern eher, ja, ich nenne es jetzt mal ein Baukastenprinzip, wo wir sehr viele Bausteine drin haben und eben durch eine persönliche Beratung und Betreuung des Firmenkunden eben halt auch versuchen, ein sehr individuelles Angebot zu gestalten, was auf die Firma zugeschnitten ist. Denn wir haben einfach, und da werden wir sicherlich gleich auch nochmal drüber sprechen, was für Erkrankungsarten etc. da so bundesweit, ja, ich sage mal so im Fokus stehen, wo Schwerpunkte liegen etc., wo wir dann auch die Firmenkunden gezielt drauf beraten, was man machen kann, aber auch eben halt sehr unterschiedlich, ja, gestaltete Arten von Arbeitsplätzen. Der eine arbeitet im Sitzen, der andere arbeitet im Stehen, es gibt den Bürojob, es gibt den Lagerarbeiter und wir versuchen eben halt je nach Firmenkunde da ein sehr individuelles Angebot halt zu gestalten, damit die Firma sich da auch bestmöglich beraten, betreut und abgeholt fühlt. Du hast das Stichwort gerade schon gegeben. Was sind die typischen Krankheiten, die ihr da vor Augen habt? Also das, was wir eigentlich über die Jahre hinweg sehen, was immer mit so am stärksten vertreten ist, das ist das Thema Muskel-Skelettsystem, wo wir einen Großteil der, ja zumindest, aufgeführten Arbeitsunfähigkeitstage in den Betrieben haben, dicht gefolgt von psychischen Erkrankungen. Das macht eigentlich schon so den größten Herzen der Fehltage aus und darauf ausgelegt sind natürlich eben halt auch viele Angebote, die wir machen, weil wir da eben auch einen sehr guten Einfluss nehmen können durch präventive Maßnahmen. Es gibt auch noch andere Erkrankungsarten, die sind weniger stark vertreten, tauchen aber auch bei den häufigeren mit auf. Das sind so Thema Neubildung, Krebserkrankungen, da kannst du natürlich präventiv weniger drangehen. Die kommen auch vor, ja, aber gerade Muskel-Skelettsystemen und psychische Erkrankungen, da kann man eben halt auch sehr gut präventiv ansetzen. Ja, ich denke, da finden sich jetzt so viele, viele Arbeitgeber wieder. Was sind denn so aus eurer Sicht diese Herausforderungen? Wenn sich jetzt das Unternehmen entscheidet, hey, ich bin mittelständisches Maschinenbauunternehmen, ich will mich mehr kümmern um betriebliches Gesundheitsmanagement. Was sind so die Voraussetzungen, die er bringen muss? Was sind seine Vorleistungen? Sind, ja, natürlich gerade, wir sprechen ja auch heute oft in vielen Bereichen zum Thema Fachkräftemangel, also irgendwo eine Herausforderung als Arbeitgeber, was für meine Beschäftigten, für meine Mitarbeitenden zu tun. Das heißt, auf der einen Seite eine Attraktivität im Job zu erreichen, das schaffe ich natürlich auch, indem ich meinen Beschäftigten gesundheitsfördernde Maßnahmen anbiete. Ich kann dadurch aber auch eine Stärkung des Betriebsklimas erreichen. Das ist eine Herausforderung, die ein Arbeitgeber sicherlich heute und auch in Zukunft haben wird. Mehr Lebensqualität zu schaffen, Motivation zu steigern, das sind all solche Faktoren, die dann irgendwo auch für den Arbeitgeber positiv einzahlen. Da sind wir wieder bei gesundes Team, gesundes Unternehmen. Genau. Welche, könnt ihr das irgendwie messen? Du hast schon so ein paar soziale Vorteile jetzt auch genommen, Teamzusammenhalt, Förderung. Gibt es da auch ökonomische Faktoren, die wir nennen können? Habt ihr da Statistiken, dass man sagen kann, prozeduale Verringerung der Krankheitstage oder etwas in der Art? Ja, gibt es tatsächlich auch. Das sind neben den persönlichen Vorteilen eben auch ökonomische Aspekte, die damit reinfließen. Wir sprechen ja oft auch vom Return on Invest, den ich da eben halt einbringe. Da gibt es natürlich auch entsprechende Messungen zu, die wir zum Teil selber vornehmen und wo wir eben halt schauen, wie haben sich denn zum Beispiel bezogen auf Geldeinsatz, auf Mitteleinsatz. Das hat sich dann ergeben, der schwankt natürlich von Branche zu Branche, kann das unterschiedlich sein. Aber im Schnitt sagen wir, haben wir einen Return on Invest von einem Euro eingesetzten Kapitals, kriege ich 2,5 bis je nach Branche, wie gesagt, 4,8 Euro auch wieder raus. Also das ist schon für das Unternehmen durchaus auch ökonomisch sehr, sehr sinnvoll. Krankheitsbedingte Fehlzeiten können um bis zu 25 Prozent verringert werden. Durchschnittswerte natürlich, also das kann auch mal weniger, aber auch mal mehr sein. Aber es lässt sich schon ganz, ganz deutlicher Zusammenhang ableiten, auch über unsere ganzen Jahre, die wir das jetzt begleiten und auch aufgrund der Auswertung, die wir machen, dass man sieht, hier gibt es schon ganz deutlichen Zusammenhang zwischen Präventivmaßnahmen, die ich mache, und Verringerung von Fehlzeiten zum Beispiel. Eine Frage, die mir ganz spontan in den Sinn kommt, jetzt sind ja Arbeitnehmer in unterschiedlichen Krankenkassen organisiert. Jetzt haben wir ja freie Krankenkassenwahl. Spielt das eine Rolle? Müssen zum Beispiel so und so viel Prozent meiner Belegschaft bei der Barmer versichert sein oder steht ihr allen offen? Also das ist tatsächlich für alle möglich. Also da sind wir ganz entspannt. Da kann jeder also die Angebote nutzen, egal ob bei Krankenkasse X oder Y und da machen wir keine Unterschiede. Also jeder hat die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und so soll das auch sein und aus unserer Sicht eben auch da das Gemeinschaftsgefühl eben zu stärken, unabhängig davon. Ihr habt mir im Vorfeld eine Unterlage zur Verfügung gestellt. Da sprecht ihr auch von einem Sechs-Phasen-Modell. Genau. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz auf eingehen. Was verbirgt ihr denn in den Sechs-Phasen? Ja, das hatte ich zu Beginn ganz kurz angerissen. Also wir schauen uns einfach den Bedarf an. Welchen Bedarf hat die unserer Firmenkunde? Wie ist da die Größenordnung? Wie sind die Gegebenheiten? Gibt es Schichtarbeiten? Oder sonstige bestimmte Dinge, die man beachten sollte? Das ist halt eine Phase des Sechs-Phasen-Modells. Der nächste Step wäre die Analyse. Wir analysieren und gucken zum einen entweder über eine Befragung der Mitarbeiter. Was wünschen sich die Mitarbeiter? Dass wir die eben auch abholen können und nicht einfach irgendwas überstülpen. Das ist eine Analysemöglichkeit oder auch Gesundheitsberichte, die man fahren kann. Und dann geht eben der dritte Punkt, die Planung, das Doing eben los. Welche Zeitfenster machen Sinn und wo sind die meisten Mitarbeiter auch dann greifbar und können daran teilnehmen, welche Dringlichkeit es eben gegeben und welche Ressourcen haben. Dann geht halt im nächsten Step die vierte Phase, die Umsetzung, wie ich es schon beschrieben habe, mit zum Beispiel Screening-Maßnahmen, Workshops, Vorträge eben oder auch digitale Angebote sind möglich. Also heutzutage gibt es ja auch viele, die da im Homeoffice tätig sind und dann vielleicht nicht die Möglichkeit haben und dann digital dazu beitreten können. Ja, und der vierte Punkt, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, war ich am vierten oder fünften Punkt, die Evaluation, ganz wichtig, zu erfragen, Mensch, wie ist das denn angekommen? Eine Feedback-Abfrage zu machen zum Beispiel, wie können wir Folgemaßnahmen optimieren? Und das Ganze soll natürlich nachhaltig sein. Und das wäre nämlich tatsächlich der sechste und letzte Punkt. Es ist im Grunde ein Kreislauf des Sechs-Phasen-Modells, wo wir dann wieder von vorne ansetzen oder über mehrere Jahre eben unsere Firmenkunden begleiten und bestenfalls eben da auch die Mitarbeiterschaft so gut wie möglich gesund erhalten und die sich selbst eben dann eben für sich das nutzen. Also Hilfe zur Selbsthilfe auch, ne? Das hast du ja gerade schon angesprochen, ja, Feedback einholen. Wie kommt das an? Also ich habe eine Vermutung, dass das natürlich bei den Mitarbeitern in erster Linie sehr positiv ankommt. Aber wie sind das so eure Erfahrungen? Werdet ihr da eher skeptisch beäugt oder werdet ihr da mit offenen Armen empfangen? Also unsere Rückmeldung ist tatsächlich sehr, sehr positiv, weil man einfach das Gefühl vermittelt bekommt, oh, da ist eine Wertschätzung seitens des Arbeitgebers gegenüber der Mitarbeiterschaft gegeben. Mitarbeiter werden gehört und Wünsche werden berücksichtigt, auch wenn es nicht immer 100 Prozent der Wünsche sind, die man so eins zu eins übernehmen kann. aber tatsächlich sehr, sehr positiv. Und jetzt muss ich wirklich überlegen, also kritische Rückmeldungen. Markus, hast du da irgendwas, wo du sagst, hey, da ist jetzt wirklich was gewesen? Also es gibt mal Optimierungsvorschläge, ja? Weitere Ideen? Ja, es gibt natürlich immer mal Menschen, die für das Thema auch nicht ganz so offen sind. Das ist auch, glaube ich, ganz klar. Und da trifft man immer mal auch wieder auf jemanden, der sagt, naja, mit dem Thema habe ich mich nicht beschäftigt, will ich mich aber auch eigentlich gar nicht beschäftigen. Deswegen ist es für uns eigentlich immer sehr wichtig, ne, Maya hat das gerade anhand des Sechs-Phasen-Modells so ein bisschen erläutert, dass wir gerade in dem ersten Punkt in der Bedarfsabstimmung auch mit dem Arbeitgeber im Prinzip im Vorfeld so ein paar Punkte thematisieren. Und da ist für uns immer ganz wichtig, wenn wir in der Firma was umsetzen wollen und das am Ende des Tages tatsächlich auch eine gewisse Nachhaltigkeit haben soll, dann muss ich erst mal eine Akzeptanz schaffen. Eine Akzeptanz für das Thema schaffe ich in erster Linie Überführungskräfte, die ich im Thema erst mal mitnehme. Das ist aus meiner Sicht immer ein ganz wichtiger erster Step in dem Thema. Natürlich, jetzt sitze ich mit dem Thürmel in der Arbeit zusammen oder die Maya und wir besprechen und stimmen den Bedarf ab. Aber es gibt ja auch noch Abteilungsleitungsebenen etc., die dann ihre Teams motivieren sollen, an Maßnahmen teilzunehmen. Die muss ich erst mal für das Thema begeistern. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger erster Step, um eben halt erfolgreich hier auch was zu implementieren in der Firma. Und da arbeiten wir natürlich im Vorfeld auch darauf hin, um dann vielleicht den einen oder anderen Kritiker dann auch einzufangen zum Thema und davon zu überzeugen, ich will gar nicht über Reden sagen, sondern überzeugen, dass das hier durchaus sinnvoll investierte Zeit ist, die die Beschäftigten da investieren, um für ihre Gesunderhaltung was zu tun. Und das klappt tatsächlich wirklich sehr gut. Vielleicht nochmal auch diese Nachhaltigkeit zu betonen. Also es geht nicht darum, dass man mal seine Mitarbeiter irgendwie jetzt, es gibt ja ganz viele, die geben so 10 Euro dazu für das Fitnessstudio im Monat oder dergleichen. Also es ist schon ein komplettes Konzept, was ihr mit dem gemeinsam aufsetzt. Wie muss ich mir die Begleitung vorstellen? Habe ich dann einen Ansprechpartner bei euch, mit dem ich regelmäßig mich auch austausche? Oder wie begleitet ihr eure Kunden? Du meinst jetzt die Mitarbeiterschaft selber, die dann das Thema zum Beispiel Ergonomie und wie vielleicht gesundes Heben und Tragen, wie es dann weitergeht, meinst du? Genau. Also von unserer Seite aus gibt es die Möglichkeit, da was mit an die Hand zu geben, dass man sagt, Mensch, jetzt hast du zwar mir eine Messung gemacht und kennst dein Ergebnis oder du hast den Workshop mitgemacht. Zum Beispiel eine digitale Begleitung auch von unserer Seite aus mit Zugangsmöglichkeiten. Gleichzeitig stellen wir uns natürlich selber auch als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung, wenn da die eine oder andere Frage noch aufkommt zum Thema eigene Gesundheit. Was kann man eben machen? Ganz klar, wir bieten es an. Der eine oder andere nutzt das ganz gerne, eben digital oder auch eben persönlich. Jetzt haben wir gerade auch gesprochen über Bewegungsablauf, also körperliche Sitzen, Stehen. Wir hatten ganz kurz angerissen auch mentale Gesundheit. Das spielt ja auch eine große Rolle, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, richtig. Also gerade Thema Stress, wir hatten ja jetzt eine Phase, ich nenne es mal Phase zur Corona-Zeit, wo das ganz ein großes Thema war und als wir dann die Möglichkeit hatten, wieder in Präsenz, ins normale Doing zu kommen, war das ein großer Punkt, um das ein oder andere entsprechend aufzuarbeiten und zu sagen, okay, wie gehe ich mit dem vorhandenen Stress, den ich hatte oder noch habe, um? Wie finde ich da eine Balance zur Arbeit und dem privaten Leben? Und das Thema psychische Gesundheit ist auf jeden Fall etwas, was immer Thema ist und wir da auf jeden Fall oft gefragt werden und unser Know-how mit einbringen können. Wie läuft das ab? Wie geht die da entsprechend Workshops an oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also es gibt die Möglichkeit, dass man auch da, ich sage mal, für sich in Richtung Stresstyp-Bestimmung mal schauen kann, zu welchem Stresstyp gehöre ich eigentlich, wo sind da meine Baustellen, also wirklich auf der Eins-zu-Eins-Gespräche, dann darauf aufbauen, zu sagen, wie kann ich damit umgehen mit Resilienz-Workshops, Achtsamkeitstrainings zum Beispiel, dass man da über mehrere Wochen die Chance hat, dass der Trainer bei den Firmenkunden vor Ort ist, in kleinen Teams entsprechend da auch Übungen mit an die Hand gibt. Ja, also wirklich effektiv was zu machen. Vorträge zum Thema Turn-out gibt es auch. Also wirklich diverse Stressbewältigungsthemen, die wir anbieten und in der Hoffnung, dass es dann jeder für sich auch nutzt und selber weitermacht. Genau, das sind so Möglichkeiten. Es gibt auch tatsächlich darüber hinaus noch so ein bisschen die Möglichkeit, nach, ich nenne es jetzt mal Personengruppen, so ein bisschen zu klastern. Wir können auch speziell Angebote machen, die sich gerade schon mal die Gruppe der Führungskräfte erwähnt, zum Thema gesundes Führen dahingehend dann auch nochmal anbieten. Das beinhaltet eben halt gerade auch Möglichkeiten und Optionen zum Thema Umgang mit eigenem Stress oder auch Stress, den ich jobbedingt einfach habe, im Führungsthema und geht dann runter bis zu den Jüngsten in der Firma. Also sprich, wenn ich Auszubildende habe, auch da haben wir Module, die sich schon, ich sag mal, orientieren, gerade eben halt an diesen beiden großen Kernthemen Muskelskelett und auch Psyche, da wollen wir im Prinzip die Jüngsten des Unternehmens dann auch schon direkt an die Themen mit ranführen, weil das ist lange eben nicht passiert und Mitarbeitende, die jetzt schon ewig lange in Firmen sind, die lernen das eben halt gerade genauso neu kennen, wie der Azu, wie der jetzt gerade neu reinkommt. Und da ist der Ansatz einfach zu sagen, wenn ich die jüngste Generation der Beschäftigten einfach da schon direkt mitnehme, kann ich auch langfristig positiv auf das Thema einzahlen. Mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, geht ja auch ein auf Dinge wie Ernährung? Genau, auch das ist ein Thema Ernährung, wo wir einfach schauen, ja Mensch, eine Körperanalysemessung wäre auch nicht verkehrt. Also im Ist-Zustand erstmal für sich zu sehen und darauf aufbauend einfach zu gucken, wie gehe ich dann mit dem Ergebnis um. Ob wir Mealprepping-Aktionen machen, dass man gemeinsam eben was zusammen vorbereitet, anstatt in der Mittagspause zur Pommesbude zu gehen, dass man einfach auch weiß, hey, es geht einfach schnell, ich kann das vorbereiten und es ist gesund und das nehme ich einfach mit zur Arbeit. Über Kantinen-Checks, wenn wir Firmenkunden haben, die eine Kantine haben, was können wir da denn vielleicht noch optimieren? Also da sind mit Sicherheit auch tolle leckere Sachen dabei, aber wie kann man das eben noch verbessern? Und da ist das Thema Ernährung auf jeden Fall auch noch ein Punkt, was gerne genutzt wird und geguckt wird, ja, was kann man denn da noch den Mitarbeitern an die Hand geben? Mit Ernährungs-Checks, Ernährungstagebuch etc. pp. Das auch wiederum sehr individuell, weil auch da braucht natürlich jetzt der Beschäftigte, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, der hat einen anderen Kalorienbedarf als der Mensch, der irgendwo am Band arbeitet oder wie auch immer. Also auch da versuchen wir das wirklich auf die Arbeitsbereiche runtergebrochen abzustimmen und davon gezielt was zu sagen. Ja, ich merke das schon, Maja, deine Tipps. Mach dir zu Hause was Gesundes, nimm es mit. Wie sagt man so schön, Pommesbudenbesitzer hassen diesen Trick. Es tut mir leid. Auch ich liebe Pommes-Curry-Burst. Ist ja auch in Ordnung, darf man ja auch mal. Ja, hinter betrieblichen Gesundheitsmanagement verbirgt sich doch eine ganze Menge. Mehr, wie wir gehört haben, physische, psychische oder auch die Ernährung spielen da alle eine Rolle. Und recht komplex. Und da kann man natürlich nur sagen, bucht euch mal Experten wie die Maja und die Markus ins Haus und lasst euch mal beraten. Zum Abschluss vielleicht könnt ihr beide nochmal in zwei Sätzen sagen, warum sollte jedes mittelständische Unternehmen sich intensiv mit betrieblichen Gesundheitsmanagements beschäftigen? Ja, dann greife ich das nochmal auf, was ich gerade schon gesagt habe. Zum einen natürlich, weil ich hier ganz positiv auf die Gesundheit meiner Beschäftigten einzahlen kann. Das tut mir als Firma gut einerseits. Das tut aber auch den Menschen, die davon profitieren können, gut, indem sie eben halt an eine gesündere Lebensführung hoffentlich herangebracht werden. Und somit profitieren eben halt alle vom Thema. Und deswegen glaube ich, ist es für jede Firma ein sehr lohnenswerter Punkt, sich mit dem Thema wirklich intensiv zu beschäftigen, sich da einfach wirklich mal eine Beratung ins Haus zu holen. Vielleicht kommt auch der eine oder andere zu dem Thema, dass er sagt, ich mache da schon ganz viel richtig, brauche es nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele an den Punkt kommen und sagen, hey, da kann ich echt eine Menge machen und das würde ich gerne mal ausprobieren. Und deswegen glaube ich, dass das sehr gewinnbringend für jeden Mittelständler ist, sich dem Thema einfach mal zu nähern. Genau. Kann ich mich nur anschließen. Und Prävention ist ja das A und O. Und damit bleiben wir bestmöglich gesund. Und ob es jetzt das präventive Verhalten des Mitarbeiters ist oder eben auch seitens des Arbeitgebers. Also von beiden Seiten sind wir da also fest von überzeugt. Prävention ist da auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und es ist eine Wertschätzung auf jeden Fall den Mitarbeitern gegenüber, dass da was, ja, auf jeden Fall auch getan wird für die Work-Life-Balance. Ja, wichtiges Stichwort. Auch gerade, wenn es darum geht, wir hatten zum ganz Beginn des Podcasts ja kurz mal Fachkräftemangel auch erwähnt. Ich glaube, hier droht quasi doppelt der Benefits für so ein Unternehmen. Zum einen natürlich ist man attraktiver als Arbeitgeber insgesamt. Und zum anderen senkt man auch noch seinen Krankenstand und gewinnt natürlich auch Mitarbeiter. Liebe Maja, lieber Markus, vielen, vielen Dank, dass ihr uns diesen Einblick gegeben habt. Für alle, die jetzt Interesse haben, sich damit mehr zu beschäftigen, wir verlinken natürlich die Kontaktdaten in den Shownotes. Und ja, ich wünsche euch beiden weiterhin viel Erfolg und viele Teams, die ihr gesund macht, damit wir am Ende auch gesunde Unternehmen haben. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank auch. Ganz herzlichen Dank an dich, dass wir da sein durften. Dankeschön und ja, wir freuen uns auf jeden, der auf uns zukommt. Vielen Dank. Danke. So, und jetzt sind es noch zwei Punkte in den Sinn gekommen, nachdem wir schon auf Wiedersehen gesagt haben im Nachgespräch, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Markus, du hast da was zu sagen, wie man euch erreichen kann? Du sitzt ja mit deinem Team im Essen, aber? Aber, ganz genau, und so ist es ja oft, wenn die Stopptaste gedrückt ist, sagt man, Mensch, das habe ich vergessen. Wir sprechen natürlich als Barmer alle Kundinnen und Kunden, alle Firmen deutschlandweit an. Und das, was die Maya und ich hier für Essen und die Region machen, die Experten haben wir natürlich überall in Deutschland sitzen. Also, wenn ihr jetzt in München, in Kiel oder sonst irgendwo in der Republik sitzt und sagt, das ist ein Thema, das ist für mich durchaus interessant, meldet euch trotzdem gerne bei uns. Wir stellen dann natürlich auch die Kontakte zu unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort bei euch her, die dann da entsprechend euch dann auch mit den Angeboten versorgen können, sodass da jeder eben halt auch in den Genuss kommen kann, egal wo er seinen Firmensitz hat. Das war mir auf der einen Seite nochmal wichtig. Und ja, ein zweites Thema war uns auch nochmal eingefallen. Die Maya hatte gerade schon so ein bisschen was dazu gesagt, dass wir natürlich auch versuchen, finanziell eine Anschubfinanzierung oder eine Teilkostenübernahme mit zu bewerkstelligen, um den Einstieg einfacher zu machen. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was generell vom Gesetzgeber gefördert wird. Und deswegen ist es uns auch nochmal wichtig zu sagen, und da würden wir aber auch in unserer Beratung nochmal dann vor Ort näher drauf eingehen, dass ja jede Firma pro Beschäftigten pro Jahr bis zu 600 Euro auch steuerlich geltend machen kann. Nach § 3 Nr. 34 ESTG will das jetzt nicht zu weit ausführen, aber auch da sollte man dann nochmal drüber sprechen. Es gibt so ein paar Kriterien, die dafür erfüllt sein müssen. Ich darf das zum Beispiel nicht einsetzen für eine Finanzierung von Sportvereinen Fitnessstudios. Leider ist das gesetzgeberisch nicht möglich. Aber ich kann das eben halt durch solche Maßnahmen geltend machen, die ich dann vielleicht als Arbeitgeber auch mal selbst initiiert ansetzen möchte, wenn sie den Qualitätsanforderungen des Leitfaden und Prävention entsprechen. Und da beraten und unterstützen wir dann entsprechend auch, wie man das in Anspruch nehmen kann. Ja, also ein Grund mehr, sich mit Maya und dem Markus Mann in Verbindung zu setzen. Und in diesem Sinne danke ich euch nochmal und wünsche euch eine weitere gute Zeit. und allen draußen wünsche ich gesunde Teams und ein gesundes Unternehmen.